Warum die Preise im Jahr 2024 in den Fitnessstudio steigen werden, ist ganz klar. Schau mal, in diesem Jahr ging es darum, dass man alle Mitglieder, die man im Lockdown verloren hat oder vielleicht gar nicht gewonnen hat, dieses Jahr gewinnen wollte. Und das hat auch Sinn gemacht. Die Preispolitik in diesem Jahr, dass alle unter dem Preis die Leistung verkauft haben, hat Sinn gemacht. Jedes Fitnessstudio hat davon profitiert, viele Kunden gewinnen zu können. Und mir als Betreiber, da geht wirklich ein Herz auf, zu sehen, dass sich Menschen, die vorher mit Sport nie beschäftigt haben, jetzt angefangen haben, in diesem Jahr mit Sport zu starten. Und das ist schön zu sehen und deswegen freut es mich, dass die Entwicklung so gut in der Branche war. Und wie die Preise im nächsten Jahr ausschauen werden, ist auch ganz klar. Ich habe mich mit ganz vielen Betreibern unterhalten und alle haben bestätigt, im nächsten Jahr werden und müssen wir die Preise anpassen. Und ich kann euch eins sagen, schau mal, wir machen diesen Job seit mittlerweile über 17 Jahre, mit an die 50 Standorte und fast sechsstelligen Mitgliedern. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich kann euch eins sagen, liebe Betreiber, alle, die die Mitgliedschaft im nächsten Jahr unter 35, unter 39 Euro anbieten werden, die werden nicht lange überleben. Und schau mal, wenn du, um besser zu rechnen, 30 Euro im Monat nimmst, brutto, da gehen erstmal 6 Euro, also 19% ans Finanzamt. Und ein Kunde, der 2, 3, 4, 5 Mal die Woche kommt, es gibt welche, die kommen 6 Mal die Woche, die jedes Mal einen Liter Wasser trinken, die duschen gehen, die einen Kaffee ziehen, die die Leistung des Trainers in Anspruch nehmen, da bleibt am Ende nichts über, da musst du sogar noch drauflegen. Aber darum geht es gar nicht. Liebe Kunden, trainiert weiterhin fleißig, auch wenn ihr 7 Mal die Woche kommt, völlig egal. Aber die Entwicklung wird im nächsten Jahr so sein, dass die Preise angepasst werden müssen. Schau mal, alleine Strom und Gas. Alleine wir bei uns, bei Viva Fitness, haben nur in diesem Jahr circa 6.000 bis 800.000 Euro höhere Energiekosten. Aber das soll ja nicht das Problem der Kunden sein. Deswegen, die große Aufgabe wird es auch sein, für alle Betreiber im nächsten Jahr, sich Gedanken zu machen. Ja, mein Appell an die Mitglieder und jetzt Achtung an alle, die noch nicht in einem Fitnessstudio sind. Und es ist völlig egal, ob ihr zu Viva Fitness kommt, ob ihr zu anderen Betreiber geht. Ich spreche jetzt wirklich im Namen von der gesamten Fitnessbranche. Ihr kennt das Jahr, wir sind jetzt Mitte Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende. Und man hat ganz, ganz viele Vorstellungen. Im nächsten Jahr setze ich Ziele, am 1.1. höre ich mit Rauchen auf, am 1.1. fange ich mit Sport an. Aber das ist doch totaler Bullshit. Warum? Und in welchem Gesetz steht es drin, dass ihr bis zum 1.1. warten müsst? Nutzt doch lieber jetzt die Chance. Entscheidet euch jetzt noch in diesem Jahr und wartet nicht bis nächstes Jahr. Und vor allen Dingen kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr das tun sollt, weil jetzt sind die Preise noch günstiger und die werden im nächsten Jahr steigen. Schau mal bei uns bei Viva Fitness, da gibt es jetzt aktuell eine super Aktion. In diesem Jahr kommen gar keine Kosten auf euch zu. Ihr spart die 100 Euro Anmeldegebühr. Und vor allen Dingen bekommt ihr den Monatsbeitrag für nur 29,99 und da ist wirklich alles inklusive sogar der Kaffee und die Getränke. Deswegen wirklich, wenn ihr euch das Video anschaut, entscheidet euch jetzt und werdet ins nächste Jahr perfekt starten. Also, wenn ihr euch das Video anschaut, könnt ihr euch das Video anschauen.